So. Oh, der Friesenstahl ist auch da. Ein herzliche Grüße ins sonnige Ostfriesland, mal von mir. Ja, von mir natürlich auch. Wer auch immer das sein mag. Auch ein Zuschauer von meinem Kanal. Bist du schon drin? Natürlich. Das ist unerhört. Ah, jetzt komme ich aber auch. Ich komme. Oh. So, wir sind... Was ist denn das? Ach, das ist Vernichtung. Na, das kann jetzt dauern. Vernichtung? Vernichtung, eine Bombe. Eine Bombe, ja. Die liegt auf der Karte und die muss jemand aufsammeln und auf irgendeinen gegnerischen Posten bringen, um was in die Luft zu springen. Das ist im Grunde so ähnlich wie Capture the Flag. Außer, dass es nicht zwei Flaggen gibt, sondern nur eine Scheißbombe, um die sich zwei Teams balgen. Verstehe. Also ist das immer ganz nett da bei der Bombe. Das... So ein Match kann manchmal bis zu einer Stunde dauern. So, ich muss dann auch wieder... Hey, die Satellitenschüssel erinnert mich so ein bisschen an GoldenEye. Dich nicht auch? Ich habe GoldenEye nicht gesehen. Oh, das ist schlecht. Weißt du, ich habe nie James-Bond-Filme gesehen, im Leben noch nicht. Oh, fuck ich! Aber du hast es doch gespielt, oder nicht? Da wurde ich gemessert. Äh, ja, stimmt. Ja, stimmt. Aber nicht den Singleplayer. Ich habe nur Multiplayer mal gespielt. Gab es da nicht die Satellitenschüssel? Weiß ich nicht mehr. Wurde gerade gemessert. Das ist mir unglaublich unangenehm gerade. Komm, die Bombe kriege ich eigentlich zu Fuß. Naja, was heißt? Gibt es hier Autos? Nö. Ne, ich bin ganz hinten gespawnt. Ach so. So vorsichtig. Aber ich bin hinter dir. Ja, aber das ist ja hier vollgeholten Ei, oder was? Das gefällt mir gut. So. Oh, ich habe mal gestern hier mal die Details bei diesem Spiel wirklich auf voll, voll aufgedreht. Ja. Ich hatte dich doch gefragt, ob du das nicht eh schon hast. Habe ich auch gedacht. Ja. Ja, habe ich auch gedacht. Aber es gibt da eine Option, da kommst du nicht rübergesprungen. Aber es gibt da eine Mission. Eine Option, wo du die Texturqualität von 100 auf 200% stellen kannst. Okay. Und das habe ich mal gemacht. Das sieht auch absolut fantastisch aus, aber das läuft ja echt wie Kraudenrüben, denn... Na Mist, da komme ich mit meiner Rakete nicht hin. Der ist aber schnell. Der ist bestimmt mit Rollschuhen unterwegs. Wahrscheinlich. So, der Larutan schreibt, bei GoldenEye war aber nicht ganz so viel los. Ja, das stimmt wohl. Da schmeißt man nur irgendwelche Narbengesegter auf die Schüsse. Also, gefilmt zumindest. Da gab es doch diesen Modus mit diesem... nach einem Treffer tot oder was? Der war richtig cool da. Jetzt kann ich mich noch erinnern. Ja, das weiß ich noch. Das hat Bock gebracht. Aber es kann doch sein, dass meine Erinnerung nicht drückt. Oh. Ah, Fick. So, man bringt das überhaupt was, wenn ich mit der Ehe auf das Scheißding. Auf... auf dem Heli? Ja. Weiß ich nicht. Ich habe gerade mit einer Rakete drauf geschossen. Ist aber leider in die Wand gekracht. Vielleicht hast du es gesehen. Nein, habe ich nicht. Sah lustig aus. Ihr Schweine. Ich bin gestorben. Das war knapp. Verdammt. Ich bin gestolpert. Nicht. So. Haben Sie... Null Punkte, mein Lieber. Ja, ich gebe mir auch alle Mühe, um dieses Ziel zu erreichen. Jetzt aber. Jetzt geht das ab. Ja, aber jetzt haben sie auch schon... Jetzt erscheint die Bombe woanders. Sie haben schon eine Station von uns gesprengt. Vielleicht dauert es doch keine Stunde. So, die Nani will mein Schießgewehr sehen. Also, liebe Nani, so gut kennen wir uns noch nicht. Oh. Bist du gestorben etwa? Ich fühle mich ja selbstredend. Okay. Ach Gott, das darf es ja wieder keinem zeigen. Nein, das gibt es nicht. Das gibt es nicht. So, wo erscheint denn jetzt die Bombe? Was denn? Ich wollte gerade, ne, und so, und dann fährt so ein Auto genau in meinen Weg. Oh, das kenne ich. Quasi Kollateralschaden. Mich nehmen sie meist von hinten aufs Korn. Wo erscheint denn jetzt die Bombe? Neue Bombe geordnet. Wo denn? Ah, da. Dann springe ich da mal ab. So, vernünftige Fahrzeuge. So, hier wird gerade geschrieben von Kubisturm. Wenn Janno nicht versagt, ist es nicht Janno. So sehr mögen mich die Leute. Okay. Na, da bin ich genau die richtige Unterstützung zu. Ja, ich habe mir schon so einen gewissen Ruf erarbeitet, könnte man sagen. So, jetzt sind wir hier alle auf der Parabolschüssel. Das endet nicht gut. Oh, Mann. Du bist hinter mir, nehme ich an. Ja, ja. Okay. Keine Angst. Ich, äh, fange die Kugel für dich ab. Ah, scheiße, da ist ein verkackter Panzer, der auf den ganzen Scheiß hier feuert. Fahrzeug zerstört. I am so badass. So. Oh Gott. Bombe. Ich habe die Bombe. Beschützt mich. Ja, ja, ja. Beschützt mich. Beschützt den Bombenträger. Nein. So, Dani Nougat schreibt... Oh, das ist nett. Wo, 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 wo? Ah. Auf das Ding willst du? Ja, ich, ich. Ich fahre. Dankeschön. Schön. So, die Nani Nougat schreibt, Janu, Master of Fail. Ich freue mich. Dankeschön dafür. Oh Gott, ihr seid doch verrückt. Nein. Steigt der einfach ab. Der Lappen ist einfach abgestiegen und lässt mich zurück mit der Blocke. Ich glaube, wir fahren nicht bei Fremden mit. Ja, ich werde es mir merken. Auch nicht, wenn sie mich mit Süßigkeiten locken. So, wo steige ich denn jetzt mal ein? Das sind alles doofe Plätze. Oh, jetzt sind sie... Jetzt sind sie... Helikopter? Jetzt sind sie im Helikopter, die Spasse machen. Das ist doch... Riecht doch nach Fisch. Nein, 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 nein. Nein, nicht abstüch. Bist du abgestört? Nein, nein, nein. Du lebst noch. Du lebst noch. Mir ist nur ein bisschen schlecht. Alles gut. So, ihr Ratten. Jetzt habe ich die Bombe. Und jetzt? Wo laufe ich jetzt hin? Bringen sie zurück. Bringen sie... Weiß ich nicht. Zu den gegnerischen Punkten, die da angezeigt werden. Ich komme und rette dich. Da kommt ein Auto. Steig ins Auto. Steig in das Auto. Aber nicht, wenn ein Fremder fährt. Steig in das Auto. Das geht nicht so schnell kaputt. Komm da raus. Nein, nein, nein. Alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Keine Angst. Mir geht's super. Ich fürchte mich, Andreas. Alles gut. So, bin drin. Sehr gut. Sehr gut. Und jetzt lasse ich da hinfahren. Die machen das schon. Bestimmt. Ich halte euch so gut, ich kann den Rücken frei. Oh, 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 oh. Selbst du setzt so viel Vertrauen in mich. Nein, nein. Das meine ich nicht. Ich habe hier nur... Also, ich... Alles gut. Ich sehe nur den Energiebalken von dem Auto. Der ist jetzt bei 40. Ich bin Reparateur. Ich könnte ja helfen, aber ich bin weit weg. Nein, nein, nein. Nein, nicht sterben. Du bist gestorben. Nicht. Ich laufe immer noch. So, die sollen mir mal in den Weg kommen. Pass mal auf, ich schieße die so über den Haufen. Ja, komm gleich. Ja, komm gleich. Ja, ich sehe es. Ich habe schon meinen Raketenwerfer parat. Aber der ist hinterm Berg, natürlich. Ich kriege das feindliche Fahrzeug... Das war verdammt knapp. ...hier mal den Berg hoch. Oh, verdammt. Wieso ist hier ein Berg? Das passt mir nicht. Scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Ach, Mist. Jetzt ist ein Drecksschwein so weit weg. Ich laufe hier hin und her, bin in der tiefsten Walacheiwiese und kriege nicht irgendeinen Gegner zu Gesicht. Und wenn ich mal einen Gegner zu Gesicht kriege, dann ist er am Berg. Oh. Oh, der Panzer steht da und schießt bloß. Oh, böser Mann. Wo bist du? Ich bin... Ich bin... Wo bist du? Ich bin auf dem Weg. So, da sind Bäume und... Und Berge und Gras. Und überall knallt's. Schon komisch. Wie im Osten. Oh, die Bombe ist im Heli. Wow. Mist, da wurde ich erschossen. Im feindlichen Heli oder in einem blieben Heli? Nee, in einem blieben Heli. Jetzt warte doch, verdammte Axt. So. Oh, ich höre Schafschützen. Und ich sehe, du spürst Schafschützen. Ja, aber nur ein bisschen. Achso. Das kann ich ab. Siehst du das? Hier zeigt sich's auch wieder, weißt du? So, die Schafschützen, ja? So, die Schafschützen, ja? Die mit dem Längsten können am wenigsten. Äh, okay. Weil de facto haben Schafschützen ja das längste Gewehr. Und die hocken einfach nur da und warten und können nicht. Wir stehen hier einen kurzen Moment. Du kannst doch die Bombe sowieso nicht erreichen. So. Ich bin gestorben! Steh auf. Du bist doch ein Verräter, gib es zu. Ach, dankeschön. Hoch, 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 hoch. Der läuft da noch rum, der läuft da noch frei rum. Wir müssen ihn umbringen. Ja, wo ist er denn? Weiß ich nicht. Gut. Der Bus ist irgendwo hier lang. Ach, verdammt, aber da wird mir zu viel geschossen. Wo ist denn die Bombe? Da, wo es leuchtet. Aber ich laufe hier nur wie so ein Idiot hin und her. Ja, geht mir auch so. Das gibt es auch nicht. So, Freunde, habt ihr denn Spaß im Stream? Also, ich habe Spaß. Du hast ja auch eine komische Auffassung von Spaß. Ja, habe ich gar nicht. Nein, ach so. Nein, habt ihr Spaß? So, es wird schon geschrieben. So, Bombe kommt uns entgegen. Das ist auch gut. Dann möchte ich da auch ein... Nein, sie fährt weg. Sie fährt an uns vorbei. Fährt doch in die richtige Richtung. Ich muss jetzt mal hier ein paar Gegner umbringen, glaube ich. So, Felsdien muss sich nochmal überlegen, ob er Spaß hat. Kann ich das... Können wir das so hinnehmen? Ja. Nein, gerade jetzt muss ich ihn nachladen. Verdammt. Aber du lebst noch. Fährt er über die Parabolschüsse mit dem Auto? Nee, ich weiß es nicht. Aus irgendwelchen Gründen erinnert mich das an Just Cause 2. Ja, ja, so dass du spielst. Äh, kurz. Ich habe einen Gegner getötet. Ich bin jetzt auch im feindlichen Gebiet. Das ist vielleicht nicht cool. Der Feind hat die Bombe. Das gefällt mir nicht, was ich da höre. Teufel. Und jetzt wieder hinterm Berg. Was denn? Ich habe hier so ein Ding. So ein Gerät. Das will ich hoffen, lieber Freund. Dann hat er Raketen abgeschossen. Ach so. Ich war hin so einfach mal ins Blaue, eine Rakete geschossen. Natürlich meilenweit daneben. Weißt du, die Bombe kommt? Bei mir ist sie ganz weit weg. Ich bleibe jetzt hier stehen und warte auf die Bombe. Scheiß die Wand an. Ich warte einfach auf die Bombe. Ich fahre mal dahin. Oh, Mann. Die Bombe ist ungeschützt. Oh. Ich habe einen Autounfall gebaut. Oh, wacke. So. Ein Auto? Bist du selbst gefahren? Natürlich. Äh, Moment. Was soll das heißen? Das spricht ja schon für dich. Geh uns mal lieber. Ich bin hier im Heli bei der Bombe. Jetzt guckst du blöd. Ja, dann bring sie, bring sie, bring sie irgendwie her. Ich fliege aber nicht, sondern ich... Du bist nur dabei. Das, okay. Schieße. Oh, wir sind leider abgestürzt. Nein, wir leben noch gut. So, hier wird geschrieben, von Lachen bis Kopfschütteln ist alles dabei. Das ist so. Dann machen wir ja vieles richtig. Ah, verdammt. Verdammt. Nein, ihr seid nicht tot. Ah, wieder so ein scheiß Scharfschütze. Scharf nur. Ach so, ihr ruht euch aus. Ihr habt nur mal kurz die Augen zugemacht. Das war auch sehr spannend. Da muss man mal kurz die Augen zu machen. So, jetzt steige ich mal bei euch ein. Ihr wisst anscheinend, wie der Hase läuft. Klar. Ich bin hier bei meinem Sniper-Kumpel. Das sind nämlich tolle Leute, die Sniper schenken. Ja, ja. Das sind die. Das sind die Besten. So. Ach, ich mag Sniper. Hast du so ein Marketenwerfer-Dingens? Äh, ja. Durchaus. Weil die Sorge kommt ziemlich schnell näher. So, jetzt stehe ich aber auf dem Berg. Mal gucken, ob ich's... Mit so einem Defilibrator, oder wie das heißt. Ein so... Defilibrator. Ja. So. So, du lebst noch? Du lebst noch. Ich lebe natürlich noch. Ich bitte dich. Also, auch Letos ist gegangen. Einmal gestorben. Wie, du bist nicht einmal gestorben. Nein, eingeschlafen. Ach so. Mich wundert's gerade, dass ich tatsächlich schon fünf Abschlüsse habe. Ich hab mindestens drei davon nicht mitgekriegt. Äh, nein. Na los, na los, na los. Das ist nicht mein neues Headset. Oh. Oh, was war das? Ach, scheiße. Das wird böse. Nee, grafisch euch. Das wird gemessert. Nee, ich wär fast gemessert worden. Oh, Verzeihung. Irgendjemand schießt hier. Ja. Ich hab mir die Granate selbst vor die Füße geschmissen. Oh Gott, scheiße. Das passiert schon dann und wann. Bist du noch am Leben? Ja. Das sind Gegner. Ja. Stell dich mal so hin, dass ich hier spawnen kann, ohne zu sterben. Das kann ich nicht. So, jetzt. Bist du da? Ja, 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 ja. Freue ich mich. Weiter geht's. Wo ist denn jetzt die Bombe? Welche Bombe? Die ist da hinten. 500 Meter entfernt. Oh, hier ist der Auto. Komm, das geht ja noch. Okay. Steig ein. Das ist ein Quad. Na ja, ja, so ein Pseudo-Auto halt. Bist du, bist du... Ah, gut. Der Glitterbunny-Druid ist da und kann kein Deutsch. Äh, schade. Hier, da, pass auf. Musst du den gleich abschießen. Vorsicht. Er kommt gleich. Language is not important. It's only my fail. That's important. Hier, hier. Schieß den ab. Oh. Schieß den ab. Ich steig mal aus. Er schafft Zeiten. Ich hab ihn. Ich hab ihn. So, komm her. Komm her. Hul mich ab. Wo bist du? Scheiße, ich auch. Ja, das gibt's aber nicht. Ich finde, du hast gerade übertrieben viele Punkte dafür gekriegt. So toll war das nämlich gar nicht. Ach, Gott. Oh, Mann. Oh, das gibt es doch nicht. Verdammte Schafstützen. Der ist auch gerade ein ungünstiger... Oh. Spawnpunkt gewesen. Ach, Scheiße. Hier liegen irgendwie alle auf dem... Aaaaaaah. Stromski, was ich im Stream mache, das ist einzig und allein meine Sache. Anscheinend ist genau fest in deiner Position. Anscheinend ist genau fest in deiner Position. Anscheinend ist das Wasser-Greiber. Ach, Scheiße. Das kann doch nicht sein. Die kommt hoch. Bist du auf dem Dach? Äh, ich bin gerade runtergefallen vom Dach. Weil da kommt jetzt einer, der unsere Sniper alle vom Dach schießt. Das ist doch gut so. Äh, unsere Sniper. Also hör mal was. Ach so. Ach so. Hab ich das falsch verstanden. Du Verräter. Du hast doch vorhin gesagt, bleib mal stehen und ich bin prompt erschossen worden. Stimmt. Sorry. Gut. So, der ist ja jetzt nicht mehr weit weg von dem... Ich hab ein Multi-Kill gemacht. Ist gut, hast du einen guten Lauf gerade. Einen guten Lauf habe ich erst, wenn dieses Match gewonnen ist. Oh, du saubertsi. Oh, die Bombe ist wieder in feindlicher... Okay, war im feindlichen Besitz. Okay, hast du sie? Nein. Komm mal zu dir, ne? Nicht sterben jetzt. Es rums und bumst an allen Ecken. Oh. Um Gottes Willen. Wo ist denn die? Ah, da hinten. Ah, scheiße. Ich fahr mal mit dem Bombenmenschen mit. Ich werde ihm zeigen, wie sie akkurat zu verkabeln ist, wenn er denn da ist. Nein? Ja. Ich hab tatsächlich schon 10 Abschlüsse. Was passiert hier? Something's wrong. Something strange going on. Jetzt machen wir das mal kaputt hier, der Typ und ich. Ach, bist du bei ihm? Ja, klar bin ich bei ihm. Oh, ihr habt tatsächlich gelegt. Ich werd bekloppt. Ah! Ja, und bin tot. Hauptsache, das Ding wird nicht entschärft. Hauptsache, das Ding wird nicht entschärft. Ja, so viel denn dazu. Naja, es ist... Oh, ich hör doch schon wieder diese verschissenen... Fick-Sniper. Ich hasse Sniper. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber die Bombe bleibt da immer noch liegen. Wieso entschärfen sie die und nehmen die nicht gleich mit? Weil die gestorben sind, natürlich. Ach so. Das ist eine Frage. Nimm du sie doch mal. Ja, ich bin ja schon unterwegs. Ich bin ja schon fast da. Wir haben die Bombe, das ist schon mal gut. Bin fast da. Feuere deinen Torpedio jetzt lieber ab. Wo bist du denn? Ich stehe hier bei der Bombe. Die geht hoffentlich gleich in die Luft. Sieht aus wie ein 20er Panzerjäger. Wendlich deiner Stellung. Oh Gott. Das ist aber eine große Explosion. Ja, ich bin mal direkt verreckt. Na, immerhin. Ah, wenigstens weg, das Ding. Oh, schon zwölf Tode und fünf Kills. Da guckst du blöd. Das ist schon besser als das letzte Mal. Ja, das ist ja. Alter. Da liegen Sniper auf diesen Stahlträgern. Oh, hab ich nicht gesehen. Wo? Auf diesen scheiß Stahlträgern, was auch immer das ist. Keine Ahnung. Auf diesem Gebäude da, was schon ziemlich kaputt ist. Ja, so. So, ich komm mal bei dir rein. Ja, ich bin mitten im Fallschirmsprung. Das hat mich gerade ein bisschen irritiert. Uffa. So, ich folge dir auf Schritt und Tritt. Oh Gott. Auf dem Dach, auf dem Dach. Vorsicht auf dem scheiß Dach. Das darf doch nicht wahr sein, ey. Ah, du blöder Crisis Origin. Ja, Crisis Origin. Genau, Crisis Origin. Weil du keine Hoden hast. So, ich spawne mal hier auf dem Dach. Da bin ich schon bei. Jetzt zeigen wir es denen mal, ne? Aber voll und so. Oh Gott. Ich wurde beschossen. Geh hoch, geh hoch. Ich kann nicht, ich kann nicht. Die stehen im Weg rum. Oh, Kacke. So, ich kümmere mich jetzt lieber doch wieder um die Bombe. Das ist, glaube ich, erfolgreicher. Als ich da auf so einem 5 cm... Ist sowieso besser, aber die sind am anderen halt, ne? Ja. Ja, das ist, glaube ich, angenehmer, als ich da auf so einem 5 cm Steg rumzudrängen. Und jetzt fange ich trotzdem wieder hier an, ich Idiot. So, ich bin mal wieder hier oben. Ich freue mich. Schön ist es hier oben. Und spring mal runter. So, die Bombe ist im Feindgebiet. Na, fast. Also 90% ist hier, glaube ich, wirklich gelaufe. Ja. Oh, oh. Ich werde leicht angeschossen. Stört mich aber nicht. Ein böser Mensch. Ist explodiert. Schön. Ach, den habe ich. Oh, scheiße, sagte er und wurde erschossen. So, bist du noch da? Ja, ja, ich bin bei dem... Hochkonzentriert bei dem Bomben-Schrecke. Ah, das ist gut. Den steige ich da mal mit ein. Dann gib aber Gas. Wirf dir doch ein Medi-Pack vor die Füße. Das habe ich nicht rechtzeitig gesagt. Ah, fuck, von wo? Ah, fuck. Liebst du noch? Fähigkeiten zur Schauspielerin. Na, da bin ich gespannt. Ja. Kannst du auch. Gleich fallen sie wie die Fliegen. Ich muss nur auf. So. Schon mal daneben? Oh, da ist ja einer drin. Ich dachte, der steht einfach nur so zum Spaß. Mist, daneben. Ich sehe gar keine Gegner. Oh, okay. Die sind ja alle hoch. Oh, wieder hinterm Berg. Ich breche ins Essen. Wieso immer hinterm Berg? Ach, denn scheißegal. Da ist gerade ein Helikopter explodiert. Oh, sehr schön. Du sterb doch. Du Lump. Oh, scheiße. Ach, scheiße. 24 Prozent hat er noch. Oh, nein. Oh, nein. Oh, Gott. Das wird mir hier ein bisschen zu knapp. Oh, Gott. So, einer. Ah, macht die Bombe weg da. Macht sie weg. Macht sie doch weg. Oh, die Bombe ist weg. Nur nicht so, wie ich es gerne hätte. Die Bombe ist weg. Sehr gut. Das haben wir nicht gewonnen. Sie ist direkt despawned, weil sie hochgegangen ist. Naja. Aber schön war es trotzdem. Kann schon mal passieren. Ja. Wollen wir mal Eroberung? Von mir aus? Wollen wir mal jemanden aus dem Chat dazuholen? Von mir aus. Herr Stromski, Herr Lars. Sind Sie einsatzbereit? Sind Sie bereit für den Dienst an der Waffe? Sind Sie bereit für den Dienst an der Waffe? Untertitelung des ZDF, 2020